Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyfactory 3. Nachdem ich heute den ganzen Tag über ein bisschen an meiner Insel gebastelt, gebaut, gemacht und getan habe, wie man hier drinnen sieht. Hier ist ein Compressor, hier werden die Pieces aus dem ME rausgeholt, kompresst und wieder reingeschmissen, das erkennt man ganz gut hier, da sinkt es ab und da müsste es ansteigen so nach und nach, ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt. Dann habe ich hier ein bisschen umgebaut, habe dann die ganze Zeit Mana produziert den Tag über nebenbei und das ist gut zusammengekommen. Ja, ich habe noch Redstone im Inventar, das soll dann hier runter kommen. Achso, hier habe ich, er hat einen Importer angeschlossen für das ME System. Ja, hier soll dann der Netherrack entstehen, deswegen kann ich das erste mal wieder raushauen. So und apropos Netherrack, der Nether ist offen seit heute. Extra noch eine kleine Insel hier hingesetzt, den Nether geöffnet und habe mir hier, wie man sieht, Chicken gefangen. Das sind Netherquart Chicken. Die setzen wir jetzt ganz kurz aus, dann entmüde ich mich auch gleich im DC und ja, ich würde sagen, im Laufe der Folge öffnen wir das Altheim, das Alfheim Portal hier, meine Güte. So, dann entmüden wir uns mal kurz. So, da ist er wieder. So, jetzt warte schon ab, dass die Hühnchen hier Netherrack, ach ne, nicht Netherrack, ähm, Quarz produzieren. Was machen wir da jetzt in der Zeit? Wir spielen noch ein bisschen mit Botania rum. Und zwar, was können wir denn herstellen? Ach genau, ach ne, das kann ich noch nie machen. Da muss ich das Portal erst öffnen. Oh, dann. Im Portal habe ich keine. Oh nein, da habe ich nur zwei. Was ist das? Das macht man aus dem da. Gottos. Diesen Allies-Halter auf. Allies-Only-Stirmen. Das... Wo ist der Knubbel hin? So, dann sind wir das hier knapp mit den Sachen anschließen. Da ist er. Und Sunflower. Ich brauche eine... Irgendeine Blume. Ah, hier haben wir das so einer. Ah, Kapazitor. Ach nee, hier gibt es doch noch irgendeinen Block, den ich unter den Mana Pool setzen kann. Ja, ähm... Einen Katalysten. Ja, ich glaube den brauche ich jetzt, wenn ich das hier machen will. Ist meistens noch ein Rezept rechts in der Lasse schon dabei. Was willst du denn herstellen? Eine Sunflower. Oh, was ein Glück, dass ich zwei Blazerots heute gefarmt habe. Wow, zwei Blazerots. 200. Ja, ich brauche bloß die zwei. Bis jetzt. Äh, das ist auch noch von, dass man Blazerots braucht. So, dann vier davon. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Mana Perle. Warte, wie viele habe ich da gerade nochmal gesagt, wie viele Blazerots ich habe? Äh, 200. Okay, äh... Setz da mal noch eine Fähr hinten dran. Geh mal von 2204 Blazerots aus. Ja gut. Plus jetzt eine eigenständige Farm, äh, eine Mock-Farm gebaut, die nur Blazerots abwirft. Ja. Ja, vier Blaz-Spawner mit Wasser unten drunter. Blaz-Spawn, äh, spawnen ja trotzdem, äh, auch wenn kein Spieler wirklich in der Nähe ist. Damit sie nichts haben, worauf sie Aggro werden können, äh, fliegen sie runter. Unten ist Wasser, sie kriegen durch Wasser Schaden, äh, werden durch das Wasser aber trotzdem noch betrieben und kommen in eine Fallschaft. Wo unten Stacheln dran sind, die sie töten. Okay. Ist eine schnelle und einfache Mock-Form von Blazers. So, ich habe jetzt einen Geist gemacht. Was für ein Geist? Ein Teru-Teru-Bosu. Mhm. Gesundheit. Ja. Der kommt da oben drauf. Hey, cool. Äh, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit Botanien rum, bevor ich das Portal öffne. Mhm. Äh, das Ding, was war das Ding für ein Effekt? Das da. Äh, Drakonik. Soul. Nubelnic Evolution. Soul, genau. Was macht das? Karko- Karkophonium, alles klar. Karkophonium, alles klar. Ja. Drakonik Evolution. Ja. Was machen die? Dafür konnte ich die nochmal verwenden. Ich hab ne Soul. GoldenEye, come on. Den, 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 den. 1 Melanie ist online. Jaaa. Ne, warte mal, online bist du noch nicht. Bist im D10, oh Hund. Äh. Komm online. Jaaa, ich komm online und dann. Was ist denn? Schade, das kann ich nicht craften. Bubble Case, ne das brauch ich nicht. Zirkus Amulett. Nimbus Amulett. Nimbus Amulett. Ne, warte mal, ich hab alles verstanden. Okay, ich hab alles verstanden. Ey, ich bin kurz auf, K. Yay, weg is er. Ne. Okay, danke. Danke Leute. Acht davon. Acht orange, acht orange, acht orange, hab ich. Uhuhuhuhu. Wo, das da? Aber ich bin froh, dass wir nicht mehr in 1,7 sind. Warum? Weil man da, äh, um den Dragon wieder zu beleben, 4 Souls brauchte von Draconic Evolution, die mit einer Drop Chance von 1 zu 1000 gedroppt werden. Okay. Du brauchst es 4 Stück für eine Wiederbelebung. Oder für einmal, ich glaub, für das Wiederbelebungsding herstellen. Aber kann auch sein, es ist, ja, du brauchst es jedes Mal zum Wiederbeleben, wenn ich es ja richtig lese. Ja gut. Es ist froh, dass wir das nicht mehr haben. Willst du wissen, wie spät man es haben? Nein. Warum? Wir haben es 20 Uhr 22. Ich rede von der Minecraft-Zeit. Da haben wir bis 2 Uhr 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, da steht oben links in der Ecke. Ja ne, es geht nur darum, siehst du das nicht, was ich hier hab? Nö. Doch jetzt. Ah. Hehehe. Ich rate, du siehst meinen Monokel auch wieder mal nicht. Aber hast du nicht gewinnen. Genau. Ich hab mir das auch gemacht. Aber irgendwie, ich seh nichts dadurch. Wir gehen jetzt mal zu dir. Okay, bei dir schießt's grad auch nichts Mana an. Du hast das Monokel angelegt. Warte. Äh. Ich seh jetzt schon, dass es bei mir funktioniert. Gib das Monokel mal an. Hab ich. Und jetzt guck die Blume an. Ach, ach, das meinst du. Oh, okay. Das ist der Radius der Blume und wenn zum Beispiel Mana irgendwo hingeschossen wird, wie siehst du, würdest du das sogar von hier hinten aussehen. Achso. Dass da hinten Mana transfert wird. Du siehst die Mana Flows durch die Wände. Achso, da, okay. Ja, gut. Äh, mit der Pick-Up-Range ist das halt eine der wichtigeren Sachen, finde ich, weil... Wer wüsste sonst, wie groß die Pick-Up-Range von so ner fucking Endo-Flame ist. Ja. Bin jeder da. I don't want to Zeit hier. Ja, du bist Mana nicht auf dem Server. Genau, was soll das? Ja. Ey, don't judge me. Was? Oh, I cut ein Tuba. Ja, ich weiß aber nie, für was sie gut ist. Tuba? Ah, fuck, ich glaube, ich brauche dafür Mana. Das erste, was ich mag, wenn ich auf den Server komme, ist das nicht jugendfreie Abbauen. Was ist das? Apropos, das ist ja in der Folge auch noch nicht aufgetaucht. Das muss man mal zeigen. Nee. Okay. So, liebe Zuschauer, guckt euch an, was der liebe Mabel hier gebaut hat, ne? Oh, er hat Boofs, er hat Mumus und er hat Dickes gebaut. Was zur Hölle. Hier hat er noch ein Schild hingestellt, Sarah ihre Körperurteile, weil Sarah ist seine Freundin und er kann sie halt nicht aus dem Kopf kriegen, deswegen hier Sarahs Uschi und die Penisse sollen bestimmt den Melvin darstellen. Der ist aber ein paar Pixel zu groß, muss ich sagen. Danke für die Bäume. Ja, und überall ist alles verteilt, ja. Hast du mir die Berechtigung gegeben, hier Sachen zu machen? Mhm. Okay. Ich war schon bei dir, dass die Drakonik-Axt funktioniert Angst. Also... Ich denke. Ja. Warum hab ich 30 Holz im Inventar? Ich will das weg haben. Weil ich's grad getroppt hab. Ey. Ich muss sneaken, sonst sammelt mein Magnet ein. Ja, also ihr wisst Bescheid, ne. Und Sarah, wenn du die Folge siehst, der Melvin, der ist pervers. Du bist ein Arsch. Weißt du das? Du bist ein Arsch. So, jetzt hab ich schon den Folgentitel für die Folge. Ich ist ein Arsch. Nee, Melvin ist pervers. Warum hat deine Potato eigentlich einen Penis? Du, weil man das wüsste. Warum hat deine Tiny Potato einen Penis? Das... Das... Keine Ahnung. Das ist ein Knödel. Ja, das Ding hat aber einen Penis. So. Thumbnail. Thumbnail hab ich auch geschossen. An... Naja. So ein Scheiße. Stimmt. Da unten. Genau. Warum hat die einen Pümmel, Melvin? Hä? Warum hat deine Potato einen Pümmel? Sag bloß, du siehst das nicht. Doch, ich seh das. Die Knochen. Ja. Warum hat die einen Pümmel? Tja, wie kriegst du's weg? Wieiii. Selbst hier an den Kisten hat er Boobs von Sarah dran. Vor allem die Nippel so richtig schön orange. Ja, wer weiß nicht, wie er's macht. Warte. Das muss... Warte. Das... 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 Ey, er hört auf! Guck mal, die will... Guck mal, die will... Die... Die will dich fangen. Ja, ich bin mal wieder bei mir drüben und spiel noch ein bisschen mit Botania rum. In der nächsten Folge öffne ich dann das Portal. Mann! Aber, Melvin, weil du so ein kleiner Pervers drin bist, kriegst du jetzt auch noch was von mir. Boah, jetzt muss ich das wegschisseln, die eine... Hä? Wieso? Was musst du wegschisseln? Das kannst du so abbauen. Ja, nee, sonst ist das ich und mein Holz. Haha, Melvin. Guck mal hier. Was? Was willst du? Du hast ne kleine... Das ist ne Lampe. Ne kleine Mini-Ensel, die leuchtet. Während deinen komischen Knochen aus der Hose kannst du behalten. Ach, Melvin. Sarah, ich würde mir Gedanken machen, oder? Warum bin ich nochmal hier online gekommen? Also, ich hätte auch genauso gut... Also... Nee, du musst ja nicht bleiben. Ich habe jetzt mal keine Endermänner bei sich. Sicher? Unten auch keiner? Nee, unten auch keiner. Läuft. Ey, du hast die Scheiße überall drauf geklatscht. Und warum sind oben bei einer Base noch welche? Was unter deiner Base? Um meiner Base. Du hast das mal einmarkiert. Das ist geclaimed. Achso, das... Ja, du bist doch pervers, ne? Ach, Melvin. Hm, warum komme ich überhaupt noch online? Weil du mit uns spielen und aufnehmen willst. So, sieht's aus? Darüber kann man sich streiten. Boah, du Arsch, das ist nämlich der Übel. Okay. Nee, das kann ich nicht herstellen. Äh, was ist das? World Chopper Sextant. Das wäre was für ein Melvin. K... Warum? Oh. Weißt du, da habe ich dir noch... Warum? Hat jemand Kürbisse von euch? Nein. Nein? Ich glaube nicht. Scheiße. Ich kann ja überhaupt noch welche craften. Äh, ja, bitte. Ich brauche aber nur einen... Ich möchte mir nämlich gerne ein Feel Pumpkin machen. Ich bin ja aber nicht nur kurz so... Sonst muss ich mal gucken, ob ich davon Seeds habe. Aber ich glaube doch, nur ein Stück. Ich könnte sein, dass ich noch welche habe. Ja, ich baue gerade an. Da hole ich mir noch kurz mein, äh, Ring of Crow. So. Nee, warte, ich habe 16. Okay. Die kann man mit Nature Essence einfach herstellen. Hier ist ja auch noch jede mit. Okay. Dank dir. War doch gerade da, Enderman. So. Ich habe mir mal einen Enderman bei dir eingefangen. Was macht der jetzt? Ach, der guckt nur... Hä? Was ist das für ein Scheiß? Ja, einige davon sind nur Deko-Items von den, äh, Botania-Sachen. Und das ist ein Vibrant Crystal, das muss ich noch haben, ja. Achso, ne, der guckt einfach nur böse. Okay. Also wie Melvin gerade vorm PC. Boah, was ist denn du das? Ich habe gerade dein Ebenbild gecraftet. Oh, wow. Ja. Muss aber ziemlich gut aussehen. Äh... Abgehoben. Okay, warte. Ich bring die ein vorbei, ich kann auch ganz viele davon herstellen. Und was bringen die mir? Nix. Oh, wow. Dann sind die ja... So, wo ist er denn? Melvin, hier, dein Ebenbild. Und warum habe ich eine halbe Titte einges... eine halbe Uschi einges... Sag mal! Jetzt reicht's... Reicht's... Aber hier, ich will das... Jetzt reicht der Perversling. Ich will das Ding von deiner Uschi, äh, Freundin, ne. Gott. Oh, das... Das war's mit der Folge. Ich bin ein Rockstar dancer, till I drop. My life is a party, my home is the club. My state is the dance floor, but it never...